so als gewissen abstand aber wir haben festgestellt er kann also die aktuelle taktik ist wenn versucht werden schon angelockt und er kann höhe auch auf dem wasser stehen also er springt da war was wasser und erzeugt unter sich einfach land er ist der jesus unter den schleimen ja aber der erfahrung will sozusagen das für euch als barriere da wenn er da in die nähe kommt da müsst ihr einfach aufhören oder weggehen so dass er kann da kann er nicht so nah das bringt nix solange wenn ihr die aggro zieht dann dann greift euch an aber denkt dran eure schüsse gehen auch nicht so weit also wenn ich ihn nach oben links zieht dann ja könnte nichts machen das stimmt ja vom wasser ausland deswegen ja müssen wir mal schauen ob das klüger wird vielleicht denke ich auch diesmal dran eine bombe zu benutzen man weiß es nicht mann gut sei bereit dann probieren wir es noch mal die kleinen schleime wo ich die kleinen schleime erwischen ja gut erwischt kleine schleime einfach im rücken gespawnt ja ich wurde schon wieder erwischt nein ihr habt den fokus ihr habt den fokus ich komm nicht hin zum gegner weg 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 habe ihn wieder aber wir sind so weit draußen nein ja jetzt ist jetzt wieder wieder ja also wieder zurück hat nein kann man das sein lassen kann ich mir wieder heilen na gut also dann sammeln ja also ja wenn ihr mal die aggro habt dann kann ich sie halt bei der taktik nicht mehr holen das hat nichts mit nähe zu tun das hat mit dps zu tun wenn ich mal durch die kleinen schleime nicht dazu komme auf ihn zu schlagen dann habt ihr sofort die aggro und dann jagt er euch naja der greift den an der immer am meisten schaden zufügt und wenn ich die kleinen schleime weg machen muss dann kann ich ihn aber aber wieso greift er dann am anfang nicht zum beispiel den basti an weil der basti schießt als erstes bevor du drauf schlägst ne ich schlag deutlich schneller ne der basti trifft ja bevor du drauf schlägst ja da ist er auf den nächsten gegangen das stimmt beim ersten sprung aber dann geht es einfach dps mäßig wenn ich halt ihn nicht angreifen kann dann geht auf den nächsten der als aggressor ist die kleinen viecher sind nervig die kriege ich einfach nicht weg und er ist zu klobig dass er sie dauernd verschützt also ich kann sie nicht mal fokusten aber die werden einfach so schnell so viele und seite wieder hoch geheilt ja also ich wäre wieder bereit das war noch einer rauch ich schaue ich schaue ich schaue gerade nach das war die kleinen hier loswerden schuldig gottchen sind hier viele kleine schneiden jetzt ist dort unten schon wieder er gespawnt brech okay die grubsuka dann ja gut die grubsuka taktik ist ne taktik naja wird auch nicht viel helfen am klügsten ist es flexibel um ihn herumzutanzen aber naja ich bin bereit und los drauf und los und los und los und los und los und So viele Mini-Schleime! Joa! Nein! Ich hab die Agro! Was denn? Agro! Hab sie wieder! Nee, hab ich da Range bekommen? So! Ich muss mich konzentraten! Kann nix sagen! Oh, das ist so knapp! Nach links! Ich versuche ein bisschen zu verteilen! Damit ihr mehr Zeit habt, die Kleinen zu besiegen! Und raged! Oh, er ist raged! Aua! Er hat mich erwischt! Ich bin fast tot! Ich kann mich nur noch bewegen! Ja, ist egal! Eins noch rein! Genau! Ah, er hat den Fokus! Nein! Er hat mich getötet! Ah! Nicht zu weit raus! Geht wieder rein! Oh, der ist gleich tot! Oh Gott! Wir haben ihn doch gleich! Nein! Mit dem letzten Moment gestorben! Schaffst du noch? Ja! Ich bin noch da, aber... Der ist so gut wie tot! Ich habe ihn! Er ist tot! Oh Gott! Boah! Das war knapp! Ich laufe geschwind! Es wird nur eine Stunde dauern! Ja! Sollen wir alle mal hinlaufen? Boah, Leck! Muss man doch jetzt sehen, wie es dort aussieht! Oh! Nimm die Kiste doch nicht raus! Ich muss ja auch mal sehen! Da sind zwei Ringe drin! Ah, Shit! Ah, jetzt hat der blöde Schleim die Kiste kaputt gemacht! Dann bau sie wieder auf! Ach, der blöde Schleim! Da war 68 Scarlet Ohr drin! In der Kiste! Okay! Und, äh, zwei Ringe! Sonst nix? Nee! Hm... Zwei Remy... Remy Daisy Ringe! Äh, Remy Daisy Necklace! Sorry! Die machen immun gegen Gif! Ja, das ist nützlich in dem Gebiet! Da kann man sich wieder heilen! Ja, das ist nicht schlecht! Mein Grab hat das ganze Essen verflucht! Ja! Ja! Das Geschwindigkeits-Essen! Wobei, Geschwindigkeits-Essen ist das auch! Naja, dann fahr ich nochmal hoch, ne? Was? Du hast noch einen Mine-Card? Super! Krass! Nö, das hab ich mir grad gebaut! Ja, das ist ein bisschen hat Sinn! Ja, das bisschen hat Sinn! Ja, das muss auch mal ge-craftet sein! Soll ich eure Gräber einfach mitbringen?! Nein! Ich bin doch voll da! Nein! Nee, ich will das jetzt... Ich will das jetzt sehen! Ja, also bitte! Und hier hat jemand einen Mine-Card stehen lassen! Ach, Mann! als ich gestorben bin, war denn sein Energieläster schon komplett leer. Was für ein Weg. Ja, die Frage ist, wie spawnen wir denn wieder? Den müssen wir ja nochmal bekämpfen. Oh oh. Aber nicht mehr heute, oder? Zum Glück ist ja ein 7 Minuten Morgen. Ja. Na ja, gut, dann... Gleich sind wir da. Der Evan wird schon wieder gierig und klaut sich ganz wichtigen Sachen. Ja, da ist nichts mehr drin in der Kisten. Ja, das würde ich auch an deiner Stelle sagen. Gegner hat sie kaputt gemacht. Ja, 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 ja. Wir sind so viele Gegner auf dem Weg. Da tue ich halt noch was rein. So, dann ist es fast was. So, dann gucken. Eine Wutschaufel wahrscheinlich. Ja. So. Ah, die Frage ist ernst gemeint. Wie spawnen wir ihn wieder? Der Gif... Das haben wir doch das letzte Mal schon beantwortet, oder? Wie denn? Mit dem Poison Slime Idol. Mit was? Mit dem Poison Slime Idol da. Wo ist denn ein Poison Slime Idol? Giant Slime Sounding Idol. Ach ja, genau. Mit dem Slime Idol. Genau. Stimmt, stimmt, stimmt. Da war was, ja. Ich erinnere mich. Jede Menge drumherum. Zum Einsammeln. Eieieiei. Das war eine schwere Geburt. Hm. Wie kann man es besser machen? Meine Bomben habe ich immer noch alle im Inventar. So eine Bombe bist du an der Kommen. Dazu habe ich keine Zeit. Oder ich bin einfach zu langsam im Kopf. Aber wenn ich schon mal so eine Bombe habe, möchte ich mal testen. Hier haben wir doch irgendwo die... Basti, gehst du wieder zurück? Äh, ich kann den Weg, den ich irgendwie die ganze Zeit gelaufen bin, jetzt nicht wieder laufen. Also... Keine Ahnung, weil ich zu blöd bin. Achso, du gehst nämlich nach unten. Ja, ich finde den Weg nicht. Rechts. Da, wo du gerade reingegangen bist, wieder rauf. Rechts, rauf. Rechts, 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 rechts. Rauf. Dann, oben links, oben links, oben links, oben, aufpassen. Da sind, glaube ich, Gegner gewesen in dem Bibid. Nein, das war links. Oben links, schreck links, genau. Da, diese komische Brücke. Und dann rechts oben, rechts, nee, rechts oben. Das ist gerade, geradeaus. Du, 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 du. Das ist wohl natürlich hier. Einen, was will ich auf jeden Fall unbedingt noch testen. Da, wo ist ein Mod... Äh, du bist falsch gelaufen. Ja, stimmt, da ist dieser kleine Kamera. Wenn du M drückst, siehst du immer die Karte. Ja, das bringt mir nichts. Ah ja, okay. Köstlich. Da ist die Kiste. Ja. Du kannst gerne... Ja, die Kiste. Du kannst gerne die Kiste und den Loot mitnehmen. Darf ich die Remi Daisy necklace mitnehmen? Ja. Der Effan, der Gierige, hat schon die andere genommen. Ja, soll ich die Kiste selber auch mitnehmen? Ja, gerne. Ja, stimmt. Erst einmal mein Grab. Und ich gehe jetzt mal zu so einem Blumendungeon und versuche mit den Bomben die Wand einzureißen. Warum sind hier so viele Blumengegner? Blumengegner. Ja, die sind ein bisschen strong, finde ich. Die sind immer so extrem drauf. Ich bräuchte mal... Die könnten ruhig mal eine bessere Waffe droppen. Also, ich habe schon lange keine neue Nahkampfwaffe mehr gefunden. Naja, es fehlt ja noch dieses Wut-Farge. Ja, aber da fehlt uns noch dieser Schaft. Der broken Schaft. Oder wie das heißt? Angle oder... Ah, der kaputte Griff halt. Wo ist denn hier der Dungeon? Den hatten wir schon mal, aber der wurde verkauft. Also, ich habe ihn mit Sicherheit verkauft, weil ich nicht wusste, was ich damit anfangen soll zu dem Zeitpunkt. Ja, ist halt leider so. Wo ist denn der Blut? Hä? Wo sind denn die Viecher? Hier war doch irgendwo was. Naja, dann gehe ich halt da runter. Ich will wissen, ob ich die Wände wegsprengen kann. Das wäre dann wenigstens mal eine Art... ...durch diese Dungeons zu kommen. Nee, habe ich jetzt keinen. Nach unten liegen sie mehr. So. Und... Nein, selbst Bomben schaffen es nicht, gegen diesen Blumen-Dungeon anzukommen. Nein, ich habe keine Warp-Ingsie-Steine. Wieso eigentlich nicht? Moment, ich bin ja noch in deiner Nähe. Wo bist du denn? Ach so, ich bin da ein wenig aufgelaufen. Vielleicht komme ich da runter. Ja, ich finde dich schon kein Thema. Ich kann M drücken. Ja, ich kann auch M drücken, aber das bringt mir trotzdem nichts. Man müsste M drücken und sich dabei gleichzeitig bewegen können. Das wäre nicht besser. Kannst du. Mach ich sogar gerade. Wie geht denn das? M drücken und dann einfach bewegen. Ist ja interessant, das ging aber irgendwann mal nicht. Geht sogar... Ey, das ist doch tatsächlich recht einfach da durch die... ...Bewegung. Ja, cool. Ja, ja, das macht das Ganze mal einiges leichter. So. Ja. Sehr schön. Besten Dank. Wir haben es geschafft. Wir haben das Spiel durchgespielt. Ja. Jetzt geht es nur noch darum, alles zu automatisieren und den ewigen Reichtum zu schwelgen und den Giftboss noch mehrmals zu bekämpfen. Ja, wir haben alle Posse erledigt. Ich bin umgekehrt. Wir haben doch so eine Slime-Figurine. Da können wir doch gleich nochmal eine Runde mit ihm spielen. Ja, wir haben er. Wir haben doch jetzt erst nur mit Mio Not geschafft. Die ist weg. Ja, reicht ja. Ihr habt bestimmt einen Skill in Range dazugekommen. Also seid ihr jetzt viel stärker als jemals zuvor. Ist der Elfant überhaupt noch da? Ja, ja. Ich habe noch Rodding dazu gekriegt. Ich versuche noch, ein Broken Handle zu kriegen. Ah, und die spawnen und die gibt es dort unten, oder wie? Ach, die gibt es eigentlich überall. In Kisten. Ich habe bei Rage, glaube ich, immer noch nur das allererste. Die anderen kann ich überhaupt nicht freischauen. Na gut. Aber für die Aufnahme würde ich sagen, wir haben jetzt was zum aktuellen Zeitpunkt das alles gezeigt, glaube ich. Der Giftboss hat es in sich gehabt. Der hat aber auch ein paar Möglichkeiten, was Gutes zu droppen. Also müsste man schon noch ein-, zweimal farm. Mindestens. Aber bis dahin müssen wir noch ein bisschen, kann man noch ein bisschen trainieren und sich verbessern und mehr Erze sammeln. Und der Basti wird hier alles einreißen und über Löchern die Wände machen. Warum ist eigentlich hier ein Loch an der Wand? Oh, wir könnten den Händler hier einsperren. Ach, ich brauche eine Tür. Das ist der Hammer. Dann nehme ich die Tür. Jetzt mal blöde Frage. Äh, wie viel könnten ihr bei Range schon, äh, freischalten? Also bei euren Skills. Bei mir ist nur das ganz, das allererste aktiviert. Das Zweite. Das Zweite auf Level 4. Ah, ja. 45 habe ich bei Range. Okay. Ich verstehe jetzt nicht, warum die Tür zu ist, weil dort hinten ist ja eigentlich nix mehr. Kabeltechnisch. Aber, ja. Ich bin gefangen mit Basti hier drin. Ja. Wir werden alle sterben. Na gut. Wir werden alle sterben. Ich danke vielmals fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal, wenn es ein neues Update gibt.